Musik Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickfoss Ja Leute, abgesehen von dem Podcast letzte Woche, beziehungsweise in der Brickfoss Folge 99.9 Ich weiß nicht, ob es heute Abend ankommt, ich muss da nochmal nachschauen Ja, wir haben einen Podcast gemacht, einfach eine halbe Stunde lang über Themen geredet, auf die wir Bock hatten Müsst ihr euch nicht komplett angucken, das ist ja langweilig, aber anhören wäre mal eine schöne Sache Ähm, jedenfalls, ihr seht, ich befinde mich wieder in einer Bienenrunde Das liegt daran, dass ich 5.970.000 XP habe Und dank der, ja dank dem XP-Wochenende, ist ja Ostern, das heißt mehr XP Fragt mich nicht wieso, danke Brickfoss Und dazu, dass man Prämie geschenkt bekommen hat, ziemlich geile Aktion von euch in Fernum, danke Bis auf die Spieler, die schon Prämie hatten, die haben nichts bekommen Für die ist natürlich scheiße Ansonsten aber würde ich sagen, richtig geile Aktion Tja 6.000.000 XP macht man nicht alle Tage, also finde ich schon ziemlich geil Und deswegen in 5 Minuten habe ich 6.000.000 XP Und dann wird erstmal fett zu Vincent gegangen und dann wird erstmal fett gezockt Ach ja, und ich habe versprochen, die Oster-Codes vorzulacen Ich weiß nicht, ob die das jetzt noch was bringen Ich glaube, ich müsste das Video sogar noch ein bisschen früher hochladen Dass das noch passt Ähm, also die Codes wären dafür das Moment, nach dem Boss sag ich das Also der erste Code wäre 5HK-SO0-2CX Der zweite Code wäre BGX-0CJ-ALB Boah, meine Sauklaue, ey Der dritte Code wäre NAC-67Y-KV2 Der vierte Code wäre H4C-4F1-WHA Und der letzte Code wäre 9DC-OAK-BY Und dann muss ich jetzt mal Leute holen Ja, jetzt kommt die große Sache Wen hol ich denn? Warte mal Ähm... Wende Ranz 2, Raum... 9, PW, Rewe... Und der ist offline... Scheiße... Ähm... Boah, was sind die denn alle offline? Alter, im Ernst, sind die denn alle offline? Toll, jetzt habe ich echt keinen Spammer Boah, scheiße, ey Der muss spammen gehen, der liebe Quadrat Sonst wird das hier gar nichts mit den XP Läuft Boah, ernsthaft? Jetzt kommt keiner, ey Scheiße Jetzt doch, warte, äh... An dich, äh, ein Gruß-Speed 2000 Geile Maps, Bro Ich hab's bisher alle gezockt Muss ich einfach mal sagen Wirklich geile Maps Wenn ihr das Video schaut, Leute Gibt ihn als Server ein und holt euch die Maps Die sind's wirklich wert Und die meisten sind auch kostenlos Sind wirklich, wirklich geil Einen kleinen Anreiz Einen kleinen Anreiz muss man ja geben, damit er kommt So ganz eventuell Oh, man Ich brauche Leute Okay, einer ist da Speed ist da Speed ist da Wenn dann noch der andere kommt Fünf Leute Meint jemand zu mir, reicht inzwischen Aber ich bin mir nicht sicher Weil halt XP-Wochenende ist Ergo müsste wenigstens noch einer kommen Also wird mir leid, dass ich gerade nicht so sehr viel rede Aber ich bin jetzt noch ein bisschen aus Scheiben konzentrieren Ich bin nicht so der ultra Multitasking-fähige Und ich brauche verfickt nochmal Leute Wenn verdammt nochmal keine Leute kommen dann Aber echt Dann haben wir echt die Arschkader, meine lieben Freunde Dann könnte das sogar nicht meine 6-Millionen-Runde sein Bäääääää Scheiße, der ist auch noch klein. Oh oh. Das ist knapp. Okay, jetzt ist der auch noch da. Dann passt das jetzt. Jawohl, es wird voll. Ich glaube, das dürfte jetzt sogar wirklich reichen. Jetzt ist der noch da. Gut, sechs Leute, das passt wirklich perfekt. Das passt perfekt, 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 perfekt. Hauptsache, es geht am Ende jetzt keiner mehr raus. Das wäre wichtig. So, dann suche ich mir jetzt noch einen guten Platz raus, damit ich jetzt nochmal die letzte Biene kriege. Und dann würde ich sagen, Leute, in zehn Sekunden ist es geschafft. Sechs fucking Millionen XP. Ey, da kriege ich ja dann schon vom Gedanken dran. Ey, das ist so unglaublich, dieses Gefühl. Komm. Jawohl. Super. Hier richtig nice. 45.742. Ein Glückwunsch an YoKiller. Und damit habe ich jetzt 6.017.325 XP auf meinem Konto stehen. Nun gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis dahin, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.